hey leute und willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal das ist in letzter zeit ja schon echt eine seltenheit geworden und heute gibt es kein bad wars sondern wir spielen zombies das ist ja vor längerer zeit jetzt schon neu rausgekommen aber da wir ja schon seit anderthalb wochen oder so kein neues video gebracht haben haben wir uns habe ich mir jetzt gedacht machen wir mal zombies allgemein habe ich infos für dich ach für dich ja genau für dich habe ich infos habe ich infos für euch und möchte also erstmal warum keine videos kam letzte zeit und möchte auch allgemein echt viel ändern an unserem kanal es gibt verschiedene sachen die vorhaben zu ändern und ein paar möchte ich auch beibehalten aber ich möchte echt viel neu machen und vor allem auch viel mit euch zusammen neu machen das ist so das wichtigste für mich ich hoffe toby und floh machen auch mal wieder mit sonst werde ich es nicht schaffen weil alleine schaffe ich das nicht mehr aus gründen die ich euch jetzt gleich nenne weil es hat schon gründe warum ich in letzter zeit halt keine videos mehr gebracht habe so erstmal getötet hier es hat natürlich gründe warum ich euch in letzter zeit keine videos mehr gebracht habe das kam nicht von mir irgendwo her und ja da möchte ich halt ein bisschen darüber erzählen in dem video ich hoffe es wird nicht allzu stressig hier legen hier einfach mal minen hin damit falls immer so ein böser mensch kommt also zum wie der erstmal schon in die luft gejagt wird da so zum beispiel hat funktioniert auch nein jetzt hat es unnötigerweise trotzdem in die luft gejagt naja egal wir haben eine ganz gute position da können wir mal stehen bleiben und dann kann ich jetzt auch mit euch über die gründe reden also es gibt wie bestimmt schon 100 mal gesagt verschiedene einer davon ist dass ich in letzter zeit was geht denn hier dass ich in letzter zeit echt viel training habe was dann halt für mich extrem viel zeit in anspruch nimmt dann bin ich auch das doof gelaufen tor danke kollege dass du mich gerettet hast ich habe alle tasten gedrückt aber nicht die richtige fuck alder gibt mir leben powder of life so ich rette dich fuck alder die mauer wird hier eingenommen komplett aber ohne mich okay einen habe ich den krieg noch hin dann kann ich die skulls hier unten auch mal einsammeln das waren eigentlich mehrere habe aber nur einen bekommen ach du scheiße zurückziehen leute wir müssen die nein oh fuck alder er hat mich erwischt ich habe auch ganz vergessen dass die schneller sind naja egal also wie wie gesagt fitnessstudio ist fitnessstudio training ist ein großer grund warum ich keine zeit mehr nimmt extrem viel zeit in anspruch auch wenn sie es jetzt nicht so anhört für euch vielleicht ist das ist leider so und dann bin ich boah alter ich muss man muss sich echt konzentrieren und dabei trotzdem kämpfen das ist gar nicht allzu leicht aber egal ich versuche es nochmal also wie gesagt fitnessstudio und training nehmen den größten teil meiner freizeit in anspruch und dann direkt danach kommt der teil also alles klar wir haben gewonnen ich komme echt nicht klar hier gerade mit dem erzählen aber macht ja nichts dann erzähle ich jetzt einfach also der erste grund ist wie bereits gesagt dass ich viel training habe und fitnessstudio und ins fitnessstudio geht das ist somit der größte grund warum ich keine zeit mehr habe weil das einfach immer zu unseren aufnahmezeiten eigentlich auch ist ja das kann man so nennen dann habe ich jeden tag lange schule das heißt nachmittags können wir auch nicht aufnehmen und dann habe ich seit neuestem auch wieder eine freundin das heißt ich habe noch weniger zeit wenn schon mal nachmittag frei ist ist er jetzt auch verplant das heißt youtube ist extrem weit nach hinten verschoben worden generell will ich aber dass sich daran wieder was ändert ich will wieder videos machen aber anders will ich videos machen vielleicht nicht täglich vielleicht nur noch alle zwei tag vielleicht auch nur noch alle drei tag aber dafür will ich sie mit mehr aufhand machen und ich möchte bessere videos von der qualität her machen ich möchte dass ihr vor allem mitentscheiden könnt ich werde upsala ich werde zu jedem unter jedem video eine abstimmung machen was wir im nächsten video spielen sollen für ein mini game in minecraft das kann alles sein es kann zombies sein das kann hide and seek sein es kann bad war sein das kann survival games sein was auch immer auf jeden fall wird es unter jedem video eine abstimmung geben auch schon unter diesem einfach damit ihr mitbestimmen könnt und es mehr abwechslung auf unserem kanal gibt weil das war mir wichtig dass es nicht langweilig wird ja das war so das was ich sagen wollte generell will ich das video hier auch nicht lange halten damit ich das noch fertig kriege und morgen direkt freischalten kann da würde ich sagen hoffe ich das hat euch gefallen lasst zeigt doch mal wie aktiv ihr seid leute gebt dem video mal likes hier und aufrufe teilt das zeigt es euren freunden whatever einfach damit ich sehe dass ihr noch da seid würde mich freuen ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein leute und tschau